Moin Mädels! Moin Jungs! Wie ihr seht, ich spiel mal wie der Alte 4. Naja, und am Ende des Tages werde ich wahrscheinlich wieder rumschreien. Einfach nur ausrasten. Jetzt seid ihr mal kurz still. Und ich dachte, es ist mal wieder Zeit, in ein solches Spiel zu gehen. Denn Zeit ist ja etwas Kostbares, nicht wahr? Und wenn ihr immer wissen wollt, ob ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid, dann schaut doch gerne mal bei Holzkern vorbei. Explosion! Denn Holzkern hat mich gefragt, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen. Die machen richtig schicke Uhren, Schmuck und Accessoires. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Die recyceln tatsächlich als Holz und verarbeiten das zu neuen, schicken Sachen. Ja, wir arbeiten jetzt schon seit einigen Wochen mit den jungen Damen und Herren im Stream zusammen. Und haben da schon ein bisschen was gemacht. Und ihr könnt, wenn ihr Lust habt, auf der Seite mal ein bisschen stöbern. Auf Holzkern gibt es, wie gesagt, mittlerweile nicht nur Uhren, sondern auch Schmuck und Accessoires für Damen und Herren. Und ihr bekommt mit dem Code KALLE15. Mit dem Code bekommt ihr sogar 15% Rabatt auf eure Bestellung. Wenn ihr am Ende, wenn ihr das bezahlt, dann eingeben. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Stöbern. Und jetzt Alter 4. Zumindest das Spiel, ne? Ich habe gehört, seit ich das letzte Mal Alter 4 gespielt habe, dass es ungefähr so aussah. Ey, was? Hat sich in dem Spiel tatsächlich einiges getan. Und ich dachte, wir gucken da auf jeden Fall heute mal rein. So, okay. Beim Spiel muss man ja hier irgendwie diesen Parcours schaffen, ohne, dass die Leute einen irgendwie nerven. Oh shit, die kommen ja alle her. Noch ist alles entspannt. Das heißt, hier muss ich irgendwie über Kante rüber. Ja? Ah ja. Steh auf, steh auf. Was ich einfach hierhin soll. Okay? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich hätte gerne andere Musik. Okay. Sü, 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 sü. Okay, 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 okay. Ach so, ich muss den abballern. So war das, ne? Ich kann den nicht abballern. What the fuck? Wie soll ich denn? Ich habe doch den Safe-Dings-Angli-Dings. Oh. Jetzt wird er los. Okay, aber so kann ich ihn zumindest entkommen. Okay. Alright. Oh shit. Wo will ich denn überhaupt hin? Will ich da rüber überhaupt? Will ich, glaube ich, schon hin. Ja. Ah! Warum? Wenn ich einfach da hinten rüber springe und drauf steiße? Okay, jetzt bin ich hier. Steh auf! Wo will ich überhaupt hin? Ja. Okay. Schneller. Bevor du er aus dem Maul gibst. Bevor du er aus dem Maul gibst. Oh shit. We made it. Bruder, we made it. Warum bin ich jetzt auf einem Flugzeug? Das ist super nah dran. What the fuck? Oh shit. Wo will ich denn hin? Hä? Er will das einfach nicht. Die Aerodynamik, Digga. Die will das nicht, dass ich da irgendwie runterjumpf. Okay, jetzt bin ich im Flugzeug. Das haben wir natürlich genauso geplant. Steht doch auf, bitte! Junge! Boom. Ja. Ja, 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 nee! Ich war doch schon drauf! Okay, aber das war schon irgendwie basic ganz gut. Ja, ja. Ah, und er hat das Ding. Ah, I get it. Bruder, we made it. Aha. Will ich gleich wieder runter? Okay, verstanden. Bin ich hier der Hühnerbaron? Oh ja, ich habe irgendwas bekommen. Ich habe ein Item bekommen. Hey, der ist irgendwie besoffen. Ne, was war das jetzt mit einem Item? Ich halte es mit einem Item. Je ist, ich gehe nach Hause, oder was? Oh shit! Abwerfen. Raufspringen. Ja. Oh mein Gott! Ich habe das Spiel ausgetrickst. Ja, nicht so gut. So, und dann? Einfach hier hin. Junge, das kann nicht wahr sein! Nein, 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 nein! Man, alter, diese Steuerung, die kotzt mich so an. Ich gehe gleich weg. Boah, das macht mich so sauer gerade. Dann gehen wir halt den normalen Weg. Oh ja. Oh, da wird mir schlecht. Wer bewegt sich auch da nicht? Er bewegt sich einfach nicht! An dieser kleine Piz... Das ist einfach wieder ein geiles Game. Ich weiß schon, warum ich das nie wieder gespielt habe, ey. Lauf doch bitte, bewegt dich doch einfach. Er macht nichts! Er macht einfach nichts! Guckst du dir an, ich drücke weh! Es macht nichts! Warum ist der denn so einer? Jetzt schaffe ich nicht mal diesen Kack-Jump! Ich bin so wütend, alter, ohne Scheiß. Das macht mich auch nicht glücklich. Ich schaffe es hier von diesem Anfang, im dritten Level, sage ich jetzt einfach mal, nicht das erste wirkliche Hindernis zu beschreiten. Ich hoffe, ich bin so dumm, oder die Steuerung mich abfragt, das ist wirklich bad. Ich kann nicht laufen, er läuft nicht nach vorne, meine Weh-Taste, es funktioniert nichts! Junge, es macht mich so sauer, ohne Scheiß, es macht mich so sauer. Geh doch nach vorne, weh, weh, weh! Ich kotze mich selber an, ich mach mich komplett voll. Wo ist dein Scheiß-Problem? Wo ist dein Scheiß-Problem? Wo ist dein Scheiß-Problem? Ja! Weltrekord? Also für mich? Oh, oh, ja, oh, ja! Nein! Oh, 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 nein! Ja? Gut? Nee, gar nicht gut! Oh, Mann, das gibt's ja doch nicht, ich kotze! Bisschen in Bewegung bleiben. Ja, den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir auch, den haben wir auch, den haben wir, haben wir den, den haben wir! Jetzt hier, hier rüber, ja, ja! Bruder, we made it! Das ist ja eigentlich nirgends nur so ein Ballon, Alter, wenn ich das schon sehe. Da oben muss ich hin? Meine, es gab mal irgendwie so einen Trick, dass, wenn man beim Landen springt, genau das meine ich, als ich gemeint habe, was ich gesagt habe. Und jetzt bin ich einfach der Schlaustein, oh nein, oh nein, aber ihr habt's, ihr habt's alle gesehen, genau das meinten wir. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, sei bloß vorsichtig, sei bloß vorsichtig. Oh, ja, oh, 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 Drache! Ja, okay, wir beruhigen uns alle, wir beruhigen uns alle. Wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, ich muss hoch, damit ich da hochkomme. Soll ich hier nochmal ganz kurz hier runter? Oh, nicht gut. Na, scheiße, Bruder. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Oh, nein! Okay, arbeiten wir mit. What the f**k? Ja, genau das wollte ich nochmal, aber wir kommen da nicht ganz hoch. Ah ja, okay, ciao. Ja, wir haben das raus, wir haben das langsam raus. Wir brauchen irgendwie aber noch so ein bisschen mehr Winkel. Okay, die Magic ist gone. Genau so wollen wir das. Bitte steh niemals auf. Als ob da jetzt ein Ballon kommt. Das ist nicht gut. Nicht in den Fleischwolf. Ich gucke auf meine Holzkernuhr, wie spät das ist. Es ist langsam Zeit zu gehen, glaube ich. Da muss ich erst ein paar neue Zahlen draufschreiben. Und zü. Ja. Okay, wir bleiben hier vorne. So, Freunde. This is the last try. If we shuffle right now nicht, we are out of here. Versteht ihr das? You're safe. Er ist weg. Wo muss ich denn hin? Oh, ich muss wieder raus. Okay, okay, okay. Ja, okay. Ich muss mich da hochboosten lassen. Okay, 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 okay. Bleib mal oben, bleib mal locker. Hey, Mann. Aber wir bluten schon aus Einlöchern, wir haben keinen Safe-Point. Das ist jetzt unsere letzte Chance. Schaut in die Videobeschreibung und geht auf holzkern.de. Ja. Sehr dynamisch. Oh, shit. Okay, wir gehen bis 60. Das ist jetzt unser allerletzter Versuch. Wir haben jetzt 59 Ritter in den Boden gejagt. Wir haben schon Live-Hack-Stile rausgeschafft. Wir haben es richtig weit gebracht in diesem Spiel. Noch niemand hat das vor mir geschafft. Und deswegen sind wir heute hier und werden jetzt mit dieser Nummer 60 und mit der Hilfe von Holzkern. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Diesen neuen Jump-Versuch. Äh, Dingsen. Ja. Okay, okay. Wir fühlen es, wir fühlen es, wir fühlen es. Ja. Okay, okay. Ja, bleibt da drauf. Ich habe jetzt 60 Mal versucht, dieses Spiel zu meistern. Ihr seht, ich bin nach wie vor absoluter Müll. Schaut aber trotzdem gerne in die Videobeschreibung. Danke an Holzkern, dass ihr dieses Video gesponsert habt. Viel Spaß beim Shoppen. Denkt an den Code KALLE15. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Twitch.tv slash KALLE jeden Tag live. Äh, let's go. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.